Vorsichtig wurde die Wohnungstür aufgeschlossen und dann mit erhobenen Fersen gleich links in die Schlafstube. Wusste ich doch von zu Hause schon, dass dort die Dinge verborgen werden, die nicht für jedermann bestimmt sind. Schranktüren knarrend öffneten wir das erste Fach. Ach, Bettwäsche, Handtücher, Taschentücher, alles fein gestapelt, aber Besonderes ist nicht zu sehen. Da, ein Stück Seife, Westseife, die roch gut, schrankt ihr zu, schrankt ihr auf, Mäntel, Jacken, Hemden, schön aufgereiht, schrankt ihr zu, nein, halt, schrankt ihr nochmal auf. Was war denn da? Ein Gewehr. Im Schrank hinter den Mänteln stand ein Gewehr. So eins hatte ich doch schon mal auf dem Rummel gesehen, an den Schießbuden, ein Knicker-Luftgewehr. Na, das war doch wohl das Tollste, was wir finden konnten und unten auf dem Schrank boten noch zwei Schachteln mit Munition. Diabolos. Ich hatte sofort eine super Idee. Ich fragte Frank, ob er nicht Lust hätte, mit dem Gewehr so richtig schießen zu üben und nicht nur mit einem Stecken herumzurennen, wenn wir Räuber und Gendarm spielten. Und Frank hatte Lust. Ich trug das Gewehr in Omas Wohnung, Frank hinterher mit den beiden Schachteln Diabolos. Wo wollen wir denn eigentlich schießen? War Franks Frage. Na, wo schon? Rausgehen können wir nicht. Also in Omas Stube.